Ahoi Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Zottel Zockt. Ich bin Zottel und ich zocke heute New World. Heute geht es darum, wie wir unsere Waffen effektiv leveln können. Das Ganze ist gerichtet zu Uplevel 20 Plus Spieler. Ich zeige euch mal eben auf der Karte, wo ich bin. Und zwar ist das Ganze südlich von Everfall oder auch Immerfall, wie es im Deutschen heißt, beim Shattered Obelisk. Die Gegner sind hier alle Stufe 24. Wir laufen den Weg einmal schnell ab hier, damit ihr auch seht, wie das Ganze hier ausschaut und warum ich den Spot so gerne mag. Nebenbei prügeln wir hier so ein bisschen auf die Gegner ein. Wir haben halt hier die ganzen Gegner auf Stufe 24. Hier sind auch ziemlich viele, die spawnen auch relativ zeitnah wieder, nachdem wir die getötet haben. Laufen jetzt einmal hier unsere Pyramide oder was auch immer das genau für eine Struktur ist, ab. Einfach um mal zu zeigen, welchen Weg man normalerweise läuft, ohne jetzt die Gegner groß hier zu töten. Mit dir kurz und knackig wisst, was hier Sache ist. So, klettern wir hier hoch. Das Ganze brauchen natürlich dann ein bisschen, wenn wir alle Gegner töten, aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Das ist jetzt so mein Spot, wenn ich alleine spiele und alleine versuche, halt eine Waffe zu leveln, weil die Gegner hier nicht sonderlich stark sind. Hier kommt man super klar. Hier haben wir noch so zwei, ja, keine Ahnung, möchte gern Elite-Gegner. So, und dann würden wir wieder hier runterfallen. Ich habe einen Sperr im Rücken. Ist ungesund, ich weiß, aber manchmal ist das halt so. Und dann würden wir wieder von vorne anfangen. Verstecken uns jetzt hier so ein bisschen oben drauf. Ja, hier kann man halt ziemlich gut seine Waffe leveln. Dann gibt es noch einen zweiten Spot, den wir kürzlich gefunden haben. Und zwar ist der in Monoist Bluff, links von Cutlass Keys. Ich zeige euch das nochmal. Hier ist Cutlass Keys, da wäre die Siedlung. Hier ist der Spot, wo wir hinwollen, Deadman's Cove. Das ist halt ein Shit-Ton an Level 25er Elite-Gegnern. Hier steht auch, dass wir Level 25 haben sollten und eigentlich eine Gruppe aus fünf Leuten sein sollten. Wenn ihr da mit Level 20 reinmarschiert, würde ich euch trotzdem empfehlen, versucht irgendwie zehn Leute oder sowas zu sein, weil da echt wahnsinnig viele Gegner sind. Was an dem Spot geil ist, ist halt, es sind 25er Gegner. Es sind alles Elite-Gegner. Das heißt, ihr bekommt einen Shit-Ton an Waffen-EP, wenn ihr da durchlauft. Gerade mit größeren Gruppen geht das auch super schnell. Da drin gibt es dann auch so einen kleinen Spot mit so einer Kanone, die das Ganze noch ein bisschen beschleunigt. Ich schneide euch dann an dieser Stelle mal noch einen kleinen Clip aus meinem Stream raus, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze da drin aussieht. Kurz und knapp, wie viele Gegner da sind. Und das war es auch eigentlich schon. Wie gesagt, Level 20 plus richtet sich das Video, wenn ihr eure Waffen relativ schnell leveln wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was so eure Lieblingsstellen sind, um eure Waffen zu leveln und ab welchen Level man da hin kann, sollte. Und ich streame auch regelmäßig New World auf Twitch, auch wenn ihr mich da besuchen wollt. Twitch.tv slash Zottelzockt Würde mich freuen, wenn ihr da ein Follow da lasst. Wir sehen uns im nächsten Guide. Bis dann, haut rein und schönes Wochenende. Ciao.